Als Geschäftsführer der Marke MbH begrüße ich Sie auf unserem Messestand auf der Kontrolle in Stuttgart. Die Firma Mar ist Applikationsspezialist auf dem Gebiet der Fertigungsmesstechnik. Mit weltweit 1.400 Mitarbeitern sind wir im Einsatz. Wir liefern dimensionelle Messtechnik von einfachen Messschiebern mit digitaler Schnittstelle bis hin zu komplexen Messmaschinen mit anwendungsspezifischer Software. Selbstverständlich auch die Kalibrierung, Schulung und sämtliche Dienstleistungen für unsere Kunden. Die Fertigungsmesstechnik gewinnt eine immer größere Bedeutung in der Industrie und für den Verbraucher. Qualität, Sicherheit und die Produktionskosten im Automobil-, Maschinen- und Flugzeugbau werden durch die Präzision unserer Geräte sichergestellt. Wir bieten Lösungen für alle Bereiche der verarbeitenden Industrie. Sei es für die Herstellung von Komponenten im Automobil- und Maschinenbereich oder in der Medizin-, Luft- und Raumfahrttechnik. Erfahren Sie mehr von der Leistungsfähigkeit von Marke. Auf der diesjährigen Kontroll haben wir die Fertigungsmesstechnik in den Mittelpunkt gestellt. Wir sehen hier beim Hintergrund anhand dieser hochmodernen Drehmaschine, dass die Messtechnik mehr und mehr auch in die Fertigung reinkommt und dass eben hier unsere Kunden mehr und mehr robuste Messtechnik in der Fertigungsumgebung von uns verlangen. Hier auf unserem Messestand haben wir dieses Motto diesmal aufgegriffen und möchten eben hier unseren Kunden zeigen, welche Messtechnik wir heute der Fertigung anbieten können, um entsprechend die Qualität beurteilen und auch entsprechend bewerten zu können. Also anhand dieser Beispielwelle haben wir ja vorhin bereits an der Drehmaschine gesehen, dass wir hier einen Bauteil haben, welches wir auch auf jedem Exponat wiederfinden. An diesem Beispiel möchten wir eben zeigen, dass heute die Formmessung alleine nicht mehr nur ein Prüfelement ist, sondern dass eben hier weitere Parameter wie Rauheit, Drall oder auch Konturmessungen für den Anwender von entscheidender Bedeutung sind. Gerade in der Fertigungsumgebung ist die Software und der Zugang über die Software zur Maschine von großer Bedeutung. Die Bediener, die sich mit den Geräten heute auseinandersetzen müssen, sind im Zwang eben mehrere Geräte gleichzeitig bedienen zu müssen, sechs, sieben Maschinen und daher benötigen sie eben eine schnelle, intensive Bedienoberfläche, die es ihnen erleichtert, hier Messergebnisse zu erzeugen und auch zu interpretieren. In der Fertigung sind Handmessgeräte heute unerlässlich. Wichtig bei diesen Produkten ist aber auch, dass wir hier eine Dokumentation der erreichten Messergebnisse haben wollen und nur durch den Einsatz von Funktechnologie gelingt es uns, den abgelesenen Wert auch hier an die SPS zu übertragen und letztendlich auch hier eine durchgängige Dokumentation der Messergebnisse hinzubekommen. Dienstleistungen werden heute mehr und mehr gefragt. Gerade in der Fertigung ist dieses Thema ein sehr bedeutsames. Hier betreiben wir unsere Geräte schließlich sieben Tage die Woche, 24 Stunden und daher benötigt der Anwender unterschiedlichste Themen. Schulungen, Reparaturen, Kalibrierungen, auch der Austausch an Messgeräten, Dies muss quasi über Nacht geschehen. Dafür eben auch hier ein entsprechender Ansprechpunkt auf unserem Stand.